Kapitel 13 Brahma stiehlt die Knaben und Kälber Shukadev Goswami war sehr erfreut, als Maharaj Parikshit ihn fragte, warum die Kuhhirtenjungen erst nach einem Jahr über die Vernichtung Agasuras sprachen. Und so sagte er, Mein lieber König, durch deine Wissbegierde machst du das Thema der transzendentalen Spiele Krishnas noch frischer. Es wird gesagt, dass es die Natur eines Gottgeweihten ist, ständig seine Gedanken, seine Energie, seine Worte, seine Ohren und so weiter damit zu beschäftigen, über Krishna zu hören und zu chanten. Dies wird Krishna-Bewusstsein genannt. Und jeder, der sich dem Hören und Chanten über Krishna widmet, wird diese transzendentalen Themen niemals eintönig oder alltäglich finden. Hierin besteht der Unterschied zwischen transzendentalen und materiellen Themen. Materielle Themen werden langweilig und man kann sich etwas Bestimmtes nicht lange anhören, sondern verlangt schnell nach Abwechslung. Themen mit transzendentalem Inhalt hingegen werden Nityanava Navayanama genannt. Das bedeutet, dass man fortwährend ohne zu ermüden über den Herrn hören und chanten kann und dabei immer begierig wird, noch mehr über ihn zu erfahren. Es ist die Pflicht des spirituellen Meisters, dem wissbegierigen und ernsthaften Schüler alle vertraulichen Dinge zu offenbaren und so begann Sugar Dev Goswami zu erklären, warum die Einwohner von Vrendaven ein Jahr lang nicht über die Vernichtung Agasuras sprachen. Sugar Dev Goswami sagte zu dem König, »Bitte höre aufmerksam zu, während ich dir dieses Geheimnis enthülle.« Nachdem Shri Krishna seine Freunde aus dem Rachen Agasuras gerettet und den Dämon getötet hatte, führte er sie alle ans Ufer der Yamuna und sagte, »Seht nur, liebe Freunde, wie gut dieser Platz zum Mittagessen geeignet ist und wie schön man auf dem weichen, sandigen Ufer der Yamuna spielen kann. Die Lotusblumen stehen in voller Blüte und erfüllen die ganze Umgebung mit einem herrlichen Duft. Das Zwitschern der Vögel, das Rufen der Pfauen und das Rauschen der Blätter antworten einander und machen diesen schönen Ort hier unter den Bäumen noch lieblicher. Lasst uns also an diesem Ort zum Mittagessen, denn es ist bereits spät und wir alle sind hungrig. Wir behalten die Kälber in unserer Nähe, wo sie vom Wasser der Yamuna trinken können und während wir unser Mittagessen einnehmen, lassen wir sie im saftigen Gras, das hier wächst, weiden. Als die Jungen Krishnas Vorschlag hörten, stimmten sie freudig zu und sagten, »Oh ja, lasst uns hier Rast machen und zum Mittagessen!« Sie ließen die Kälber frei herumlaufen, sodass diese sich am frischen Gras erfreuen konnten. Und nachdem sich alle Kuhhirtenjungen um Krishna herum niedergesetzt hatten, öffneten sie ihre Brotbeutel, die sie von zu Hause mitgebracht hatten. Schrie Krishna saß in der Mitte seiner Freunde, die ihm alle ihr Gesicht zugewandt hatten. Und während sie aßen, genossen sie es, den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen zu können. Krishna glich dem Zentrum einer Lotusblume und die Knaben umgaben ihn wie die Blütenblätter. Sie sammelten Blumen, Blätter und Baumrinde und legten ihre Picknickbeutel darauf. Und so begannen sie, in Krishnas Gemeinschaft, zum Mittag zu essen. Während des Essens entfaltete jeder der Jungen seine ihm eigene Beziehung zu Krishna. Und so tauschten sie, in einer vergnügten Stimmung, gegenseitig scherzende Worte aus. Krishna hatte seine Flöte in den Gürtel geschoben und in der linken Seite seines Gewandes steckten das Büffelhorn und der Hirtenstab. In seiner linken Hand, zwischen seinen blütengleichen Fingern, hielt er eine Süßigkeit, die aus Joghurt, Butter, Reis und Fruchtsalat bestand. Die höchste Persönlichkeit Gottes, der Genießer der Ergebnisse aller Opfer, lachte und scherzte, während er mit seinen Spielgefährten im Wald von Vrindaven das Mittagessen genoss. Die ganze Zeit über hatten die Halbgötter vom Himmel aus diese Szene mitverfolgt, doch die Kurhirtenjungen waren einfach in die transzendentale Ekstase der Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes vertieft. Unterdessen betraten die Kälber, die in der Nähe weideten, den tiefen Wald, angelockt von den frischen Gräsern, die dort wuchsen. Sie verschwanden allmählich aus der Sichtweite und als die Jungen plötzlich bemerkten, dass die Kälber verschwunden waren, erschraken sie sehr und riefen »Krishna«! »Krishna« ist der Vernichter der personifizierten Furcht, vor der sich jeder fürchtet. Die Furcht selbst jedoch fürchtet sich vor Krishna. Als die Jungen »Krishna« riefen, überwanden sie daher sofort ihre Furcht. Weil Krishna seinen Freunden sehr zugetan war, wollte er nicht, dass sie mit dem Essen aufhörten, um nach den Kälbern zu suchen. Und so sagte er »Meine lieben Freunde, ihr braucht eure Mahlzeit nicht zu unterbrechen. Esst ruhig weiter. Ich werde mich selbst um die Kälber kümmern.« Und so machte er sich auf, um die Kälber zu suchen. Er hielt überall in den Wäldern und Berghöhlen nach ihnen Ausschau. Doch er konnte sie nirgends finden. Als die Halbgötter mit Staunen sahen, wie Agasura von Krishna getötet wurde, kam auch Brahma herbei, der auf dem Lotus geboren worden war, der aus Vishnus' Nabel wächst. Es überraschte ihn sehr, wie ein so kleiner Junge wie Krishna derartige Heldentaten vollbringen konnte. Obwohl Brahma zu Ohren gekommen war, dass der kleine Kuhhirtenjunge die höchste Persönlichkeit Gottes sei, wollte er noch großartigere Spiele von ihm sehen. Aus diesem Grund stahl er alle Kälber und Kuhhirtenjungen und brachte sie in ein Versteck. Schrie Krishna konnte daher trotz emsigen Suchens die Kälber nicht finden. Und als er ans Ufer der Yamuna zurückkehrte, wo er alle seine Freunde zurückgelassen hatte, musste er feststellen, dass auch sie verschwunden waren. Krishna war in seiner Form als Kuhhirtenjunge im Vergleich zu Brahma winzig klein. Doch weil er die höchste Persönlichkeit Gottes ist, wusste er sofort, dass die Kälber und Knaben von Brahma gestohlen worden waren. Er sagte sich, Brahma hat meine Freunde und Kälber entführt, doch ich kann unmöglich ohne sie nach Vrendavin zurückkehren. Ihren Müttern würde vor Kummer das Herz brechen. Um den Müttern seiner Freunde unnötige Sorgen zu ersparen und zugleich um Brahma von der Allmacht der höchsten Persönlichkeit Gottes zu überzeugen, erweiterte sich Krishna auf der Stelle in die entführten Kuhhirtenjungen und Kälber. In den Veden wird gesagt, dass sich die höchste Persönlichkeit Gottes durch seine spirituelle Energie in unzählige Lebewesen erweitert. Deshalb war es für ihn nicht weiter schwierig, sich auch noch in die vielen Jungen und Kälber zu erweitern. Er nahm das genaue Aussehen der Jungen an, die alle von unterschiedlicher Gestalt waren, verschiedenartige Gesichter und Körper hatten und sich auch in ihren Gewändern, ihrem Schmuck und ihrem Verhalten voneinander unterschieden. Mit anderen Worten, jedes Lebewesen besitzt unterschiedliche Neigungen, denn jedes ist eine individuelle Seele und unterscheidet sich in seinem Tun und Verhalten von anderen. Dennoch nahm Krishna genau die Gestalt jedes einzelnen Kuhhirtenjungen an und er erweiterte sich auch in die Kälber, die ebenfalls von verschiedener Größe und Farbe waren und sich unterschiedlich verhielten. All dies war nur deshalb möglich, weil alles Existierende von Krishna ausgeht. Im Vishnu-Purana heißt es dazu Parasya Brahmanaha Shakti. Alles, was wir in der kosmischen Manifestation sehen, seien es Materie oder seien es die Handlungen der Lebewesen, ist nichts anderes als eine Erweiterung der Energien des Herrn, die von ihm ausgehen wie Licht und Wärme und Feuer. Krishna erweiterte sich also in die verschiedenen Kuhhirtenjungen und Kälber mit all ihren Eigenschaften und kehrte, umgeben von seinen Erweiterungen, in das Dorf Vrindavan zurück. Die Einwohner von Vrindavan ahnten nichts von dem, was geschehen war. Als die Kuhhirtenjungen mit ihren Herden ins Dorf heimkehrten, gingen die Kälber in ihre Ställe zurück und auch die Knaben gingen nach Hause zu ihren Müttern zurück. Schon lange bevor die Jungen das Dorf erreichten, hatten die Mütter ihr Flötenspiel vernommen. Sie kamen aus den Häusern und liefen ihren Kindern entgegen, um sie zu umarmen. Aufgrund ihrer starken mütterlichen Zuneigung strömte Milch aus ihren Brüsten und sie erlaubten den Jungen davon zu trinken. Sie ahnten nicht, dass sie eigentlich nicht ihre Söhne, sondern die höchste Persönlichkeit Gottes stillten, die sich in ihre eigenen Kinder erweitert hatte. Die Jungen verhielten sich ihren Müttern gegenüber, wie sie es immer getan hatten, und am Abend badeten die Mütter ihre Kinder, versahen sie mit Tilak und Schmuckstücken und gaben ihnen nach der langen Arbeit des Tages reichlich zu essen. Die Kühe, die tagsüber auf den Weidegründen gegrast hatten, kehrten am Abend ins Dorf zurück, und sobald sie nach ihren Kälbern riefen, kamen diese augenblicklich herbeigelaufen, worauf die Kühe sie freudig beleckten. Die Beziehung zwischen den Kühen und ihren Kälbern und zwischen den Gopis und ihren Kindern blieb erhalten. Ja, sie schien sich auf unerklärliche Weise sogar noch zu vertiefen. So vergrößerte sich ihre gegenseitige Zuneigung, obwohl die wirklichen Kälber und Knaben gar nicht zugegen waren. Bisher hatten sich die Kühe und die älteren Gopis von Vrindavan mehr zu Krishna hingezogen gefühlt als zu ihren eigenen Kindern. Doch nach diesem Vorfall verstärkte sich ihre Zuneigung zu den Kindern so sehr, dass sie ihnen gegenüber die gleiche Liebe empfanden wie gegenüber Krishna. Ein Jahr lang verblieb Krishna in der Gestalt der Kälber und der Kuhhirtenjungen. Und so war es allein Krishna, der in Form dieser verschiedenen Erweiterungen auf den Weidegründen gegenwärtig war. Wie in der Bhagavad-Gita erklärt wird, weilt Krishna als Überseele im Herzen eines jeden Lebewesens. In diesem Falle jedoch erweiterte er sich nicht als Überseele, sondern als die Form der Kälber- und Kuhhirtenjungen. Und das für eine Dauer von einem ganzen Jahr. Eines Tages, als Krishna und Balaram die Kälber im Wald hüteten, sahen sie von Weitem einige Kühe auf der Spitze des Govardhan-Hügels weiden. Als die Kühe den Hang hinunterblickten und die Jungen mit ihren Kälbern sahen, liefen sie plötzlich mit weit ausgreifenden Beinen den Hügel hinunter. Sie liebten ihre Kälber so sehr, dass sie gar nicht bemerkten, wie steinig der Pfad war, der vom Govardhan-Hügel hinunter zu den Weiden führte. Mit prall gefüllten Eutern und steil erhobenen Schwänzen stürmten sie den Abhang hinunter, während ihre Euter Ströme von Milch vergossen. So sehr waren die Kühe ihren Kälbern zugetan, die in Wahrheit gar nicht ihre eigenen waren. Die Kühe hatten bereits neue Kälber zur Welt gebracht und die Kälber, die am Fuß des Govardhan-Hügels grasten, waren bereits aus dem Alter heraus, wo sie noch am Euter der Mutter trinken mussten. Dennoch liefen all die Kühe direkt auf die Kälber zu und begannen sie zu belecken, während die Kälber ihrerseits die Milch aus den Eutern ihrer Mutter saugten. Zwischen den Kühen und den Kälbern bestand offensichtlich eine ungewöhnlich starke, liebevolle Beziehung. Als die Kühe von der Höhe des Govardhan-Hügels hinunterrannten, versuchten die Hirten sie aufzuhalten. Die älteren Kühe waren nämlich von den Männern bewacht und die Knaben kümmerten sich um die Kälber. Die Kälber werden so weit wie möglich von den Kühen getrennt gehalten, damit sie nicht deren Euter leer trinken und deshalb versuchten die Männer auf dem Govardhan-Hügel, ihre Tiere zurückzuhalten. All ihre Bemühungen waren jedoch vergebens. Und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als hinab ins Tal zu gehen, um die Tiere zurückzuholen. Beschämt und ärgerlich machten sie sich auf den Weg. Doch als sie dann am Fuß des Hügels ankamen und ihre Kinder bei den Kälbern sahen, regten sich in ihnen plötzlich tiefe Gefühle der Liebe. Dies war recht erstaunlich, denn obgleich die Männer aufgrund ihres missglückten Versuches, die Kühe zurückzuhalten, enttäuscht und verdrossen den Hügel hinuntergekommen waren, schmolzen ihre Herzen in großer Zuneigung beim Anblick ihrer Söhne. Ihre Unzufriedenheit und ihr Missmut verflogen im Nu und mit väterlicher Liebe nahmen sie ihre Kinder in die Arme, drückten sie an sich und sogen den Duft ihrer Köpfe ein. Einfach indem sie mit ihren Kindern zusammen waren, fühlten sie eine überwältigende Freude. Nach dieser Liebkosung trieben die Männer die Kühe auf den Govardhan-Hügel zurück und als sie an ihre Kinder dachten, traten ihnen Tränen der Zuneigung in die Augen. Balaram, der diesen ungewöhnlichen Austausch von Zuneigung zwischen den Kühen und ihren Kälbern sowie zwischen den Vätern und ihren Söhnen beobachtete, obwohl eigentlich weder die Kälber noch die Kinder eine derart große Umsorgung benötigten, suchte er nach einer Erklärung für dieses außerordentliche Verhalten. Es wunderte ihn, dass die Einwohner von Vrindavan eine ebenso große Zuneigung für ihre Kinder wie für Krishna empfanden und dasselbe ließ sich bei den Kühen und ihren Kälbern feststellen. Balaram vermutete, dass diese außergewöhnliche Offenbarung von Zuneigung eine geheimnisvolle Ursache haben musste, die entweder auf einen Halbgott oder auf irgendeinen machtvollen Menschen zurückzuführen war. Wie sonst hätte diese wundersame Veränderung stattfinden können? So kam Balaram zu der Überzeugung, dass diese mystische Wandlung nur Krishna zur Ursache haben konnte, den er als seinen verehrungswürdigen Herrn die höchste Persönlichkeit Gottes betrachtete. Er sagte sich, all diese Vorfälle wurden von Krishna gelenkt und nicht einmal ich konnte seine mystischen Kräfte durchschauen. Auf diese Weise konnte Balaram verstehen, dass die Knaben und die Kälber Erweiterungen Krishnas waren. Balaram warnte sich an Krishna, um die wahren Zusammenhänge zu erfahren und deshalb sagte er, mein lieber Krishna, anfangs dachte ich, die Kälber und Kuhhirtenjungen seien entweder große Heilige und Weise oder Halbgötter. Doch jetzt bin ich der Ansicht, dass sie deine Erweiterungen sind. Sie alle sind du. Du selbst spielst die Rolle der Kälber und Knaben. Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? Wo sind die ursprünglichen Kälber und Knaben? Und warum hast du dich erweitert und trittst an ihrer Stadt auf? Bitte erkläre mir dies alles. Auf diese Bitte Balarams hin schilderte Krishna in kurzen Worten, wie die Kälber und die Knaben von Brahma gestohlen wurden und wie er sich erweiterte, um diesen Vorfall absichtlich zu verheimlichen, sodass die Dorfbewohner nicht bemerken würden, dass die ursprünglichen Kälber und Kuhhirten verschwunden waren. Während sich Krishna und Balaram unterhielten, kehrte Brahma nach Vrindavan zurück, nachdem er, gemessen an seiner Lebensdauer, für einen Augenblick fortgewesen war. In der Bhagavad-Gita finden wir folgende Information über die Lebensdauer Brahmars. Zwölf Stunden in Brahmars Leben bestehen aus vier Zeitaltern, multipliziert mit tausend, also aus 4.300.000 mal 1.000 Jahren. Ein Augenblick in Brahmars Leben entspricht somit einem unserer Sonnenjahre. Nachdem also nach Brahmars Zeitrechnung ein Augenblick verstrichen war, kehrte er zurück, um die Verwirrung zu sehen, die er durch die Entführung der Kälber und Knaben verursacht hatte. Doch zur gleichen Zeit hatte er auch Angst, denn er wusste, dass er mit Feuer spielte. Krishna war sein Herr, und er hatte sich einen schlechten Scherz mit ihm erlaubt, als er seine Kälber und Freunde entführte. Er hatte tatsächlich große Angst und wagte es deshalb nicht lange fortzubleiben, sondern kehrte, gemäß seiner eigenen Zeitrechnung, schon nach einem Augenblick wieder zurück. Doch zu seinem großen Erstaunen sah er, dass alle Kälber und Hirtenjungen immer noch da waren und genau so mit Krishna spielten, wie sie es getan hatten, als er sie das erste Mal sah. Er hätte schwören können, dass er sie entführt und durch seine mystischen Kräfte in Schlaf versetzt hatte, und so dachte er, All diese Knaben und Kälber habe ich doch entführt, und ich bin mir ganz sicher, dass sie immer noch festschlafen. Wie ist es dann möglich, dass hier die gleiche Gruppe von Hirtenjungen und Kälbern mit Krishna spielt? Hat meine mystische Kraft etwa keinen Einfluss auf sie und wurde ihr Spiel im vergangenen Jahr wirklich gar nicht unterbrochen? Brahma versuchte zu verstehen, wer die Kuhhirtenjungen waren und wie es möglich war, dass sie nicht von seiner mystischen Kraft beeinflusst wurden. Doch trotz allen Nachdenkens konnte er die Ursache nicht herausfinden. Mit anderen Worten, er wurde ein Opfer seiner eigenen mystischen Kräfte. Die Macht von Brahma's mystischen Kräften erschien genau wie das Leuchten von Schnee in der Dunkelheit oder eines Glühwürmchens am Tage. Nachts, wenn es dunkel ist, mag ein Glühwürmchen leuchten und am Tage mag Schnee, der auf einem Hügel oder auf einer Wiese liegt, im Sonnenlicht hell glänzen. Doch tagsüber hat ein Glühwürmchen keine Leuchtkraft und der Schnee verliert in der Nacht jeglichen silbrigen Glanz. Ebenso verhielt es sich auch mit der mystischen Kraft Brahma's, als er sie vor der Allmacht Krishnas entfaltete. Sie glich Schnee in der Nacht oder einem Glühwürmchen am Tag. Wenn jemand mit geringen mystischen Kräften seine Macht in der Gegenwart einer großen Persönlichkeit mit größeren mystischen Kräften zeigt, vermindert er lediglich seine eigenen Kräfte. Er kann sie niemals vergrößern. Selbst eine so bedeutende Persönlichkeit wie Brahma machte sich nur lächerlich, als er seine mystische Kraft in der Gegenwart Krishnas entfalten wollte. Brahma wurde auf diese Weise durch seine eigenen mystischen Kräfte verwirrt. Krishna wollte Brahma davon überzeugen, dass die Kälber und die Knaben, die nun mit ihm spielten, nicht die ursprünglichen waren. Und so verwandelten sich die Knaben und die Kälber in Vishnu-Formen. In Wirklichkeit schliefen die ursprünglichen Knaben und Kälber immer noch unter dem Zauber Brahmars mystischen Kräften. Die Kälber und Knaben jedoch, die Brahma vor sich sah, waren direkte Erweiterungen Krishnas oder Vishnus. Vishnu ist eine Erweiterung Krishnas und diese Vishnu-Formen erschienen nun vor Brahma. Alle Vishnus hatten eine blaue Körpertönung und waren in gelbe Gewänder gekleidet. Sie hatten vier Arme und in ihren Händen hielten sie Feuerrad, Lotus, Keule und Muschelhorn. Sie trugen funkelnde, mit Juwelen besetzte Helme und sie waren mit Perlen und Ohrringen geschmückt und mit prächtigen Blumengelanden bekränzt. Auf ihrer Brust befand sich das Schivazer-Zeichen und ihre Arme wurden von Armreifen und anderen Schmuckstücken geziert. Ihr Hals war so glatt wie eine Muschel. An ihren Fußgelenken hingen Glöckchen, um ihre Hüfte schwang sich ein goldener Gürtel und an ihren Fingern steckten Ringe aus Juwelen. Brahma sah ebenfalls, dass über den ganzen Körper Shri Vishnus, von seinen Lotusfüßen bis zum Kopf, frische Tulasi-Knospen gestreut waren. Ein anderes wichtiges Merkmal der Vishnu-Formen war ihre transzendentale Schönheit. Ihr Lächeln glich dem Mondschein und ihre Blicke waren wie der frühe Sonnenaufgang. Allein schon durch ihren erhabenen Blick offenbarten sie sich als die Schöpfer und Erhalter der Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft. Vishnu repräsentiert die Erscheinungsweise der Tugend. Brahma die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Shiva die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Als Erhalter der gesamten kosmischen Manifestation ist Vishnu auch der Schöpfer und Erhalter Brahmars und Shivas. Nachdem sich, schrie Vishnu, auf diese Weise manifestiert hatte, sah Brahma wie viele andere Brahmars, Shivas und Halbgötter bis hin zu so unbedeutenden Lebewesen wie Ameisen und Gräsern, mit anderen Worten, sowohl die sich bewegenden als auch die sich nicht bewegenden Lebewesen, Shri Vishnu tanzend umringten. Dazu erklangen verschiedene Arten von Musik und so brachte jeder Shri Vishnu seine Verehrung dar. Brahma erkannte auch, dass die Vishnu-Formen alle mystischen Vollkommenheiten besaßen. Angefangen von der Animarvollkommenheit, durch die man so klein wie ein Atom werden kann, bis hin zu der Vollkommenheit, unbegrenzt wie die kosmische Manifestation, zu werden. Alle mystischen Kräfte Brahmars, Shivas und der anderen Halbgötter sowie die 24 Elemente der kosmischen Manifestation waren in der Person Vishnus vollständig vereint. Und auch die untergeordneten mystischen Kräfte nahmen aufgrund von Shri Vishnus unermesslicher Macht an seiner Verehrung teil. Alle brachten ihm ihre Verehrung dar. Die Zeit, der Raum, die kosmische Manifestation, die Kraft der Erneuerung, die Wünsche, die Aktivitäten und die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Brahmar erkannte auch, dass Shri Vishnu die Quelle aller Wahrheit, allen Wissens und aller Glückseligkeit ist. Er vereint in sich die drei transzendentalen Aspekte Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Und er ist das Ziel der Verehrung für all diejenigen, die den Upanishaden folgen. Brahmar erkannte darüber hinaus, dass die Verwandlung der Knaben und Kälber in Vishnu-Formen nicht durch die Art von mystischen Kräften stattgefunden hatte, wie sie einem Yogi oder einem Halbgott verliehen sind. All diese Formen, in die sich die Knaben und die Kälber verwandelt hatten, waren als Vishnu-Murtis keine Manifestationen Vishnu-Mayas, der Energie Vishnus, sondern Vishnu selbst. Die Eigenschaften Vishnus und Vishnu-Mayas sind mit Feuer und Hitze vergleichbar. Hitze besitzt zwar die Eigenschaft des Feuers, nämlich Wärme, doch sie ist nicht das Feuer. Die Manifestation der Vishnu-Formen war also nicht wie die Hitze, sondern vielmehr wie das Feuer, denn sie waren tatsächlich Vishnu. Die Eigenschaften Vishnus sind vollkommene Wahrheit, vollkommenes Wissen und vollkommene Glückseligkeit. Ein anderes Beispiel besagt, dass sich materielle Gegenstände gleichzeitig an vielen Orten widerspiegeln können. Wenn sich zum Beispiel die Sonne in einer Reihe von Wassertröpfchen widerspiegelt, so sind diese Spiegelbilder, obwohl sie wie die Sonne aussehen, nicht die Sonne selbst, denn von ihnen geht keine wirkliche Hitze und kein wirkliches Licht aus. Im Gegensatz dazu waren alle Vishnu-Formen, in die sich Krishna erweitert hatte, mit Vishnu selbst vollkommen identisch. Satya bedeutet Wahrheit, Jnana vollkommenes Wissen und Ananda vollkommene Glückseligkeit. Die transzendentalen, persönlichen Formen der höchsten Persönlichkeit Gottes sind so unermesslich, dass die Unpersönlichkeitsphilosophen, die die Upanishaden studieren, niemals die Stufe des Wissens erreichen können, auf der sie in der Lage wären, diese Erweiterungen zu verstehen. Insbesondere ist es diese Gruppe, die die transzendentalen Formen der höchsten Persönlichkeit Gottes nicht verstehen kann, denn diese Formen entziehen sich dem Vorstellungsvermögen der Unpersönlichkeitsphilosophen, die durch ihr Studium der Upanishaden lediglich erkennen können, dass die absolute Wahrheit nicht materiell ist und nicht durch materielle Energie begrenzt wird. Brahma hingegen erkannte, dass sich Krishna in Vishnu-Formen erweitert hatte. Und ebenso erkannte er, dass alles in der kosmischen Manifestation, sowohl das Bewegliche als auch das Unbewegliche, nur aufgrund der Energie des höchsten Herrn existiert. Brahma war aufgrund seiner begrenzten Fähigkeiten völlig verwirrt. Und er wurde sich seiner Begrenztheit innerhalb der Schranken der Elfsinne bewusst. So konnte er zumindest erkennen, dass auch er, ähnlich wie eine Puppe, nur eine Schöpfung der materiellen Energie ist. Gleich einer Puppe, die nicht unabhängig nach ihrem eigenen Willen tanzen kann, sondern sich unter der Führung des Puppenspielers, der alle Fäden in der Hand hält, bewegen muss, sind auch die Halbgötter und alle anderen Lebewesen der höchsten Persönlichkeit Gottes untergeordnet. Im Chaitanya-Jaritamrita heißt es, dass Krishna der einzige Meister ist und dass alle anderen seine Diener sind. Die ganze Welt schwimmt auf den Wellen des materiellen Zauberbandes und die Lebewesen werden wie Stroh hin und her geschwemmt. So kämpfen sie ständig um ihr Leben. Doch so wie man sich bewusst wird, dass man der ewige Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, findet diese Maya, das heißt, der illusorische Kampf ums Dasein, ein Ende. Brahma, der Herr der Göttin der Gelehrsamkeit, der als die größte Autorität im vedischen Wissen gilt, war verwirrt, da er außerstande war, die ungewöhnliche Macht zu verstehen, die die höchste Persönlichkeit Gottes entfaltete. Niemand also in der materiellen Welt, nicht einmal eine Persönlichkeit wie Brahma, ist in der Lage, die potenziellen mystischen Kräfte des höchsten Herrn zu verstehen. Brahma war bereits völlig verwirrt, als er die Manifestation der Erweiterungen Krishnas nur sah. Wie hätte er dann in der Lage sein können, diese Manifestationen zu verstehen? Krishna hatte Mitleid mit Brahma, der nicht einmal das Geringste davon verstehen konnte, wie er die Macht Vishnus entfaltete und sich in die Kälber und Knaben erweiterte. Und während Krishna auf diese Weise die Vishnu-Formen vollkommen offenbarte, zog er plötzlich den Vorhang Yoga Mayas über den Schauplatz. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, nicht sichtbar ist, weil er vom Schleier Yoga Mayas verhüllt wird. Der Schleier, der die Realität verhüllt, wird als Maha Maya bezeichnet, die äußere Energie, die es der bedingten Seele nicht erlaubt, die höchste Persönlichkeit Gottes, die sich jenseits der kosmischen Manifestation befindet, zu verstehen. Doch die Energie, durch die die höchste Persönlichkeit Gottes in gewisser Hinsicht enthüllt wird, aber teilweise dennoch verborgen bleibt, wird Yoga Maya genannt. Brahma ist keine gewöhnliche bedingte Seele. Er ist allen anderen Halbgöttern weit überlegen. Aber dennoch konnte er die Entfaltung der Energien der höchsten Persönlichkeit Gottes nicht verstehen. Aus diesem Grunde verzichtete Krishna darauf, weitere Energien zu manifestieren. Angesichts derartiger Manifestationen wird die bedingte Seele nur verwirrt. Und es bestätigt die geringste Hoffnung, dass sie irgendetwas davon versteht. Daher ließ Krishna den Schleier Yoga Mayas über die Szene fallen, sodass Brahma nicht noch weiter verwirrt wurde. Als Brahma von seiner Verwirrung befreit war, schien er aus einem todähnlichen Zustand zu erwachen. Er öffnete langsam die Augen, was ihm große Schwierigkeiten bereitete. Und als er sich umsah, konnte er die ewige kosmische Manifestation wieder mit gewöhnlicher Sichtweise wahrnehmen. Er sah die unvergleichliche Schönheit von Vrindarven mit seinen zahllosen Bäumen, das die Lebensquelle aller Lebewesen ist. Vor seinen Augen breitete sich das ganze heilige Land von Vrindarven aus, wo alle Lebewesen transzendental zur gewöhnlichen Natur sind. Im Wald von Vrindarven leben selbst wilde Tiere wie Tiger friedlich mit den Rehen und den Menschen zusammen. Er konnte verstehen, dass Vrindarven aufgrund der Anwesenheit der höchsten Persönlichkeit Gottes transzendental zu allen anderen Orten ist und dass dort weder Lust noch Gier zu finden sind. Auf diese Weise erblickte Brahma Shri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes, der die Rolle eines gewöhnlichen Kuhhirtenjungen spielte. Er sah diesen kleinen Jungen, der in seiner linken Hand eine Süßigkeit hielt und nach seinen Freunden und den Kälbern suchte, genau wie er es vor einem Jahr getan hatte, als die Knaben und Kälber plötzlich verschwunden waren. Brahma stieg augenblicklich von seinem großen Schwan herunter und fiel wie ein goldener Stab vor dem Herrn zu Boden, um ihm seine Ehrerbietungen zu erweisen. Das Wort, das unter Vaischnavas für diese Art der Ehrerbietungen gebraucht wird, lautet Dandavat, was so viel bedeutet wie gleich einem Stock zu Boden fallen. Man sollte einem höher stehenden Vaischnava seine Ehrerbietungen erweisen, indem man sich wie ein Stab lang ausgestreckt vor ihm zu Boden wirft. So brachte Brahma seine Ehrerbietungen dar. Und weil er eine goldene Körperfarbe hatte, glich er einem goldenen Stab, der vor Schrie Krishna lag. Alle vier Helme auf den Köpfen Brahmas berührten Krishnas Lotusfüße. Und weil Brahma von Glückseligkeit erfüllt war, vergoss er Freudentränen, die Krishnas Lotusfüße benetzten. Immer wieder erhob sich Brahma, um erneut Ehrerbietungen darzubringen. Und dabei erinnerte er sich unablässig an die wunderbaren Taten des Herrn. Nachdem Brahma auf diese Weise für lange Zeit seine Ehrerbietungen dargebracht hatte, erhob er sich und rieb sich die Augen. Dann begann er, zitternd, dem Herr, der vor ihm stand, mit großer Achtung, Demut und Aufmerksamkeit, Gebete darzubringen. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum 13. Kapitel des Krishna Buches Brahma stiehlt die Knaben und Kälber.